Hallo, ich bin Elli, ich bin Mitglied des Jugendclubs und wir besuchen heute die Probe von African Moon. Sagen wir, es war nicht mehr als eine kleine Dummheit von dir. Was ist deine Mission? Sollten wir ihm nicht eine zweite Chance geben? Er hat seine Lektion gelernt. African Moon wird im Stück erwähnt. Das ist eine Krankheit. Es gibt ein Impfproblem in dem Stück. Die Impfungen sind vergammelt oder Fälschungen und erzeugen vor allem bei Kindern ein Krankheitsbild, was die Afrikaner in dem Stück African Moon nennen. Du denkst also nicht, wir sollten die Polizei entscheiden? Alle Polizisten im Umkreis bekommen ja eine medizinische Behandlung und zwar von ihnen. Ja, dann musst du zumindest alles veröffentlichen. Niemand interessiert sich dafür, was vor seiner eigenen Haustüre los ist. Nora kommt nach Afrika, um den Tod ihrer Geliebten zu verarbeiten und um loslassen zu können. Und nebenbei entsteht ein weiterer Strang, ein Medikamentenskandal, der nebenbei auch noch aufgedeckt wird. Es gibt keine Beweise, denn ich werde sie mitnehmen und verbrennen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017